Zen, der Podcast von Chuka Sangha. Sohya, te gozi, sohaka, anjya, senjyo. Umonkan,第六課. Se sonnenge. Se son, Es gibt die Erachter, die der Erachter Sie bereit sind, und die Erachterung der Erachterung haben. Das ist die Erachterung der Erachterung des Entspannenden. Aber er ist er noch nicht so. Aber er ist die Erachterung der Erachterung des Erachterung des Erachters. 天蔵涅槃明真実相無相微妙の法門ありか不流文字経芸別伝まか歌唱に付属す。 ein bisschen weh, das ist alles. Ich liebe Sie, ich liebe Sie. Ich liebe Sie, ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie, ich liebe Sie. Sollen wir die selbst ich sage es machen. Three, so oft ist es sehr schwierig. Eh, ich habe ne tue ein paar Sachen, Fair! Ich habe es so liebte. Ich habe einen Kiss und habe einen Kissen, er habe ich einen Kissen und ich habe einen Kissen. Dann start. Dann start. You are long waiting. I am sorry. So. So,読みますよ. When Shakyamuni Buddha was at Mount Gradrakakuta, he held out a flower to his listeners. When Shakyamuni Buddha was at Mount Gradrakuta, he held his children a flower. This time, Shubina was a year ago. Everyone was silent. All is even still. Only Mahakashapa broke into a broad smile. Smiling. Buddha Mahakashapa began to write to listen. Shusong said, The Buddha said, I held the true Dharma eye, the marvelous mind of Nirvana, the true form of the fullness. The Buddha said, I have the true Dharma eye, the wonderful mind of Nirvana, the true form of Sponglogan. And the simple Dharma gate, independent of words and transmitted beyond doctrine, this I have entrusted to Mahakashapa. 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 Mohakashapa. Der goldbesichtige Gautama hat seinen Zuhörer wirklich missachtet. Er erniedrigte das Schöne und verkaufte Hundefleisch, das er als Handel angrieß. Er hat einen Schöne und er hat einen Schöne und er hat ihn mit dem Schöne und Er hat ihn mit dem Kahn gegründet. Er er selbst dann hat er sehr gut. Er selbst sieht es für wunderbar, wenn allerdings alle Zuhörer gelächelt hätten, wie hätte er das wahre Dharma übertragen können? Und weiter, wenn Mahakashapa nicht gelächelt hätte, wie hätte es der Buddha dann übertragen können? Wenn Sie sagen, dass die Wahrheit der Dharma die Wahrheit möglich ist, dann kann man die Zuhörer gelächelt werden. Wenn Sie sagen, dass das wahre Auge des Dharma übertragen werden kann, dann wäre der Goldgesichtiger also man ein Stadtstreicher, der die Bauertöpel betrügt. Wenn Sie sagen, dass es nicht übertragen werden kann, warum erkannte der Buddha dann Mahakashapa nicht gelächelt werden kann, wenn Sie sagen, dass die Wahrheit möglich ist, dass die Wahrheit möglich ist. Mungans Gedicht, eine Blume hochhaltend, zeigt der Buddha seinen lockigen Schwanz. Kassho, Hagan, Ninden, Oko, Nasto. Heaven and Earth were bewildered at Mahakashapa's smile. Dimmel of Ehramka built by Mahakashapa's nation. Kassho, Hagan. 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 Whatever may happen, Peter Ross, ein Philosoph und Mathematiker des alten Griechenlands sagte, wir sollten niemals ein verabscheuungswürdiges Verhalten an den Tag legen, was immer geschehen würde. Also, the founder of Buddhism, Gautama Siddhartha Shakyamuni Buddha, teaches us, one worldly desire is the agoness of old age. Inso lehrt uns der Grunder des Buddhismus, Gautama Siddhartha Shakyamuni Buddha, folgendes. Ein weltlicher Wunsch durch die Scheußlichkeit des Alters erscheinen. Schakrini,私はこの老後退でしかもはるばる日本からのこのこうやってきて、このように皆様の前に老朽無残の姿を晒しながらここにこぼして座っている。 And me, an old man, comes all the way from Japan and sits in front of you, staying alive as an old, as an ugly old man. Und ich, alter Mann, komme den ganzen Weg von Japan hierher und sitze vor euch, bin immer noch lebendig und komme mir vor wie ein alter, unansehnlicher Mann. Ich will zutiefst davon beschehen, damit es gemeint, dass Roshi sich zu alt fühlt, seine Position noch auszufüllen. Meine poor face, old face, and my body were emaciated, but standing before you, I am sorry, so. Ja, so. Ich bin mir leid, dass ich so mit zerknitterndem Gesicht und klappigem Körper vorgehe. Oh yes. preguntas. Palding of 四孔 それで、次、徐々に舞・置きが終わって、 世孫昔是良善禁華常蝶にあって、 世孫、世孫は清割無仇人仏で彼の清陵約定がわからない! Wenn Shaka-Muni Buddha was at Mount Gradaharpa, Shaka-Muni Buddha, the birthday of Buddha is not clear. There are three Jews. Also, als der Buddha auf dem Gaia Berg stand, was war da los? Ja, erstens, überhaupt ist der Geburtstag des Buddha unklar. Es gibt drei Ansichten darüber. Ja. Buddha is near the town of Rajagaha in northern India. It is said to be a low mountain. But I have not beaten. Also, der Berg Buddha Buddha, dieser berühmte Gaia Berg, ist in der Nähe der Stadt Rajagaha im Norden Indien. Und von ihm wird gesagt, dass es ein niedriger Berg sei. Ja. 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 Mir fala, ich bin vergлуgt, dass ich nicht stark genug bin, um nach Indien reinzulein. und sieh jetzt eine Flora. Bitte. Und bitte. Und bitte. Er hat eine Flaschmutzung zu den Aufmerksamkeit. Er hat seinen Zuhörern eine Blume hin. Ja, so. Kompalagé,梵天か,梵天皇を捉げた Kompalagé no花, これはローグかな? ローグね,ローグ. Indienでは Kompalagé no花の花を手に持って 大衆の前に差し出されたと. 今後はローグの前だと ローグの下は Kano toki shu mina moknen tai to, Kano toki oosei no minna no shinja wa som imi ga wakarazu ni vakanto shite ita. Everyone was silent. At this time, many followers couldn't understand the meaning and stayed silent with amazement. Alle waren still und zu der Zeit konnten viele Anhänger nicht verstehen, was das bedeutete und blieben still und staunten nur. Drei, Besuchung-Sundjo-Nomi-Hatan-Ni-Sundjo, der Jeschrisch-Nomi-Sundjo, der Jeschrisch-Nomi-Sundjo, die nur die Sie, die Hüte, die in die Hüte, die in die Hüte, die in die Hüte und die in die Hüte. Smiley. Smiley. Broad smile. Broad smile. Nur Mahakasyapa, der erste Schüler des Buddha, brachten ein breites Lächeln aus. Warum lächelte er? Heute war Flower and Smiley Point, bitte. Heute ist Flower and Smiley. Heute geht es um die Blume und Tanzfläche. So, today Morgan. So,それで Morgan 皆様 の Doksan に 皆が笑って 我が Doksan 市に入ってきた. Please. Today is it's Morgan Doksan time. You German students come into my Doksan room with smile. You German Syner come into my Doksan room and gelächelt. Only one ではなくして ただしてはなくして 皆 everybody smile. are you very I am I am I am I am I am my kohabushita and have trouble what do you 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 do you Ich habe die Hände, die ich jetzt auch. Und dann sagt er, »Soson sagt, »Warene, »Soson, »Warene, »Soson, »Warene, 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 »Soson, »Warene, 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 IBEL神社im, »Warene, »J drums, »Warene, sarcasm von ich быть in »Warene, »Warene, Das Magel-Dama-Auge ist das Geistes-Auge, das Satzuri-Auge, das dritte Auge. Es ist das Saga-Auge. In Japan, das wir immer sagen, das ist es Saga-Auge. Was bedeutet, das ist es Saga-Auge? Ein, zwei, drei, die dritte Auge. Das ist das Saga-Auge, das ist es Saga-Auge. Das ist der Saga-Auge, das ist es Saga-Auge. Das ist das Gudda-Auge, das ist der D Wonder-Auge. Warum haben wir die Böden-Böden-Böden-Böden-Böden gemacht? Warum sind wir Schüler des Buddhismus in der Chokka-Sanga geworden und warum haben wir Zazen-Sange geübt, Kekka-Fusa, die Lotus-Zeitung, mit viel Schmerzen? Because we want to open our minds up, by the use of our Geistes, our open-born. So are we going to do that? So are we going to do that? So are we going to do that? Yuimakitsukoji, please. Next about Yuimakitsutara, Vimara Kirti's name, B means nothingness or not being. Mara means uncleanness, that is. Kirti means reputation. So, Vimara Kirti means good reputation for non uncleanness. 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 Sodaachi Yuimakitsukoji was, Dajijiao仏教, Soki no Yuimakitsukoji was, Daijijoo仏教, Soki no Yuimakitsukoji was, Daijijou仏教, Soki no Yuimakitsukoji was, the origin of Yuimakitsukoji was, He is a hero in the early Mahayana Sutra, Yuimakitsuo-Tetsu-Gyu, Vimara Kirti's Newveta Sutra. Er ist der Held des Früh-Mahayana-Sutta, Wimala-Keltinger-Better und auf japanisch-Junima-Kitzel-Show-Tekse-Gyo. Er war kein Hörsch, sondern ein Leiter. Er war ein優retes仏-Juner, der Schakson-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner. Er war ein exzellenter Buddhist und Laie, der die tiefste Erleuchtung verwirklichte, tiefer als die Erleuchtung der zehn größten Schüler des Buddhas, die Mönche waren. Er war ein reicher Mann, er hatte eine Frau und er war trotzdem ein exzellenter Buddhist. In the first part of this sutta, he put the other ten great disciples down. Im ersten Teil des sutta wird berichtet, dass er sich den anderen zehn großen Schülern des Buddhas als überliegen erließ in der Dharma-Auseinandersetzung. Zum Beispiel Scharifutra und Muthi. Was heißt das? Jesus Christus piemengescht ja least. L defender des wasscht wichhh. Shaifu war Englisch. Was ist es, in Japan ist desapareg 1991 der MillionenfegehöheER-Juner-Juner-Juner-Juner-Juner-Junu mitz bake, Es gibt kein Orginal des Himalakirti-Dutra jetzt mehr in Indien. Wir müssen auch Übersetzungen zurückgreifen, eine chinesische Version und eine tibetische Version. Wir Japaner können die chinesische Version lesen, aber sie ist für uns sehr schwer verständlich. Dagegen ist der japanische Text, der aus den tibetischen Übersetzungen ist, für uns leichter zu verstehen. Wie soll ich die Chorca-Sanga-Member tun? Wie soll ich die Chorca-Sanga-Member tun? Wie sollen wir Chorca-Sanga-Mitglieder es nun eigentlich halten? Sollen wir Mönche werden oder sollen wir Laien werden? Ich denke, ich denke, fünf Schritte sind wichtig. Die wichtigste Punkt ist nicht ein Monk oder ein Laiener. Der entscheidende Punkt ist nicht, ob man Mönch oder Laie ist, sondern es kommt darauf an, das Geißauge aufzutun. Die wichtigste Punkt ist, wenn man sich die Chorca-Sanga-Mitglieder anschaut, wenn man sich die Chorca-Sanga-Mitglieder anschaut, wenn man sich die Chorca-Sanga-Mitglieder anschaut. Wenn wir das nicht sehen, wenn man sich die Chorca-Mitglieder anschauen, wenn man sich die Chorca-Mitglieder von einer großen größten Erinnerung oder von einem historicalen Erinnerung vorhandenen, sagt man sich das Primitivismus und die Chorca-Mitglieder. Sein ist, das Hinayana-Buddhismus und die Chorca-Mitglieder hat. Als nächstes, wenn man den Buddhismus als Ganzes von einem übergeordneten Gesichtspunkt hier betrachtet oder von einem historischen Gesichtspunkt aus, dann kann man sagen, als erstes gab es den primitiven Buddhismus, dann entstand der Hinayana Buddhismus und schließlich entstand, hat sich der Mahayana Buddhismus entwickelt. Insofern, wir kommen zu Mahayana Buddhismus. Es ist auch die Lehman Buddhismus in Zukunft. Deshalb sollten wir zum Mahayana Buddhismus in der Zukunft gelangen. Er heißt auch der Laien Buddhismus. Jetzt sind wir noch unterwegs zu diesem Vorgang. Wir leben in gewisser Weise immer noch in der Zeit des Hinayana, in der die Mönche in Beachtung finden sollten, beachtet werden sollten. Vorher ist Dick Sindengdplatz résumte Versuchen Versuchen coming Sprachen besonders oder Es ist das Verhältnis, dass die Mönche, die auf Rollen sitzen, auf dem höheren Seat sitzen und die Menschen, auf dem höheren Seat sitzen. Die Mönche und die Mönche sitzen sollten. Laien und Laien und Trauen sollten nachgeordnet sitzen. Die Mönche, der eine hohe Sitzposition einnehmen will, der sollte ein Mönch werden. Ein Mann, der eine hohe Sitzposition einnehmen will, muss er nicht sein, dass er eine hohe Sitzposition einnehmen will. Ein Mann, der eine hohe Sitzposition einnehmen will, muss er nicht auf die Schmerzen oder andere Schmerzen blöden, aber auch die Schmerzen blöden. Jemand, der nicht den rankhohen Sitz anstrebt, sollte keine Koromo oder andere farbigen Roben anziehen, sondern auch die Schmerzen blöden. Es gibt die Schmerzen, dass die Schmerzen, der nicht zu verraten ist. Bei der Schmerzen blöden ist. Die Schmerzen blöden ist schwach, aber die Schmerzen zu verraten. Das ist die Schmerzen, die Schmerzen blöden zu verraten. Aspects. They easily fall into the self-willed easy Zen, not keeping the three ways of learning. Kai, Joe, E, Shira, Prajana, Samadhi. Der letztendliche Buddhismus wird Laien-Ven sein, aber Laien-Ven hat auch seine Schwierigkeiten und Fallstricke. Die Laien fallen leicht in ein selbstgewolltes, einfaches Zen und halten dabei nicht die drei Wege des Lernens aufrecht. Kai, Joe, E, Shira, Prajana, Samadhi. Die Gebote, Weisheit und Verdenkungen. Der Weltkunde sie auch in der Welt und durch die Interen voniensten Schöne, und wir müssen selbstverständlich nachdenken, und wir müssen keine Wurzeln, Schöne, dem die Gанов-Zen-Ven zu werden. Unter der presenten Sartmuss-Kanzös, es ist gut, dass wir ein Zen-Monk werden sollten, die drei Wesen der Lehren zu halten, in die Macht und die Selbst-Kontrolle halten. Unter den gegenwärtigen Umständen ist es gut, ein Sennmönch zu werden, um die drei Wege des Lernzieler Prasthana Samadhi in Kraft zu halten und außerdem um Selbstkontrolle aufrechtzuerhalten. Also sollten wir uns auf jeden Fall als Buddhisten betragen. Also, was lehrt uns dieses Koan vom Hochhalten der Blume? Es bezieht sich auf die folgenden Lehren aus dem Lotho Sutra, dem Hochhekyo auf japanisch. All Phänomene sind in sich selbst die letzte Wettigkeit. Dann, was ist also die letzte Wettigkeit der Blume? Ja. Ja. Very important point. Ja. 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 Die Studenten kam in meine Doktor-San-Luz mit einem Schmerz. Für die Morgen habe ich meine Doktor-San-Luz an alle Angelechen. So, I have to transmit to Dharma eye, because you all come into with smile. Also, I have to continue the Dharma eye, because you all come into with smile. I am sorry. This is my very viral Dharma eye. But you smile. So, I will sell this Dharma treasure cheap. So, I have pity, I am sorry that I have to present you this Dharma eye treasure, because you all come into my room with smile. Ah, yeah, I could tell you, I must also understand the Dharma eye, because you all come into my room with smile. No, the market to sell, high or low, is stuck. So, let's begin, Mr. Anjo. 皆様がお笑いになった、スマイルされたから、仕方がなくこれからこの考案の安売りをいたします。 皆様がお笑いになった、スマイルされたから、仕方がなくこれからこの考案の安売りをいたします。 皆様がお笑いになった、今、私はこのコーンの答えを売りにしています。 皆様がお笑いになったので、私はこのコーンの答えを売りにしています。 これは花であって、実は花ではない。 this is a flower, but not flower. this is a flower, but not flower. Das ist nicht die die Erscheinung der Blume, die wir mit dem physischen Auge als menschliche Wesen ermitten. Das ist die Wesen der Wesen, die die Wesen aufbauen. Eine Blume, die im Frühling aufblüht. Oh, if, isness, if, ifness, versatilis, over. Das ist Zohar, Zohar der Blume. We are always self-centered beings, ego-personalities. I look at a flower from the viewpoint of my individuality as Oisira. Wir sind alle selbstgefällige Wesen, in Selbstbetrachtung verhaftete Wesen, Ego-Persönlichkeiten. Und ich schaue auf die Blume von dem Standpunkt meiner eigenen Individualität als Oisira. A merchant looks at the world from the standpoint of a merchant. A politician looks at this from the standpoint of a politician. A politiker shall be best-making out and political sound. We all look at the world subjectively. Therefore, our judgments are quite unfair, not correct. We all look at the world subjectively. We all look at the world subjectively. We all look at the world subjectively. It's not good. Alle gucken durch diese projektive Brille des eigenen Standpunkt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Um mit dem Geistauge zu schauen, müssen wir Nicht-Selbst werden und gleichzeitig unsere subjektive Sichtweise wegwerfen. Also bedeutet vom Nicht-Selbst-Standpunkt auf zu schauen, dass es weder Mönche noch Laien Sichtweisen gibt. So, to look purely without selfishness, we can look objectively and realistically at everything. So, die Sichtweise von der wahren Leerheit bedeutet, wirklich ohne Selbstbezogenheit auf die Dinge zu schauen. Da sind wir objektiv und wirklichkeitsbezogen und wir können alle unsere Verblendungen und weltlichen Leidenschaften verwandeln. Das ist mein Bargänsehl von der Wahren Leerheit. Bargänsehl von der Wahren Leerheit. Das ist mein Bargänsehl von der Wahren Leerheit. Ah ja, das ist meine billig verkaufte Wahrheit von der Essenz dieses Wahrens. Des Blumenwahrens. Ja, so ist es ja. So ist es, dass ihr alle wissen wollt? Ja, 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 ja. Das ist alles klar. Yeah, ja. They say yes. You can buy? I want to buy. Das ist alles klar. Aber es ist schwierig oder nicht. So ist es schwierig. Dann ist es noch ein ganzes Verlager. Also, die ich noch nicht. Das ist alles klar. Jetzt ist es schwierig. So ist es schwierig. So ist es schwierig. Und dann ist es wichtig. Dann ist es noch ein ganzes Verlager. Ich sage es, das ist das Verlager. Ich sage es, die ich mir schon erwähnen. Ich sage es, So, I am going to tell about Zen culture. Ich möchte noch etwas über Zen culture sagen. Ich möchte noch etwas über Zen. Ich möchte noch etwas über Zen. Ich möchte noch etwas über Zen. Joshua, der Meister, für 102 Jahre alt war, sagte, bitte trinkt ein Kapp of Tea. Der Zenmeister Joshua, der 120 Jahre alt lebte, sagte, bitte trinkt eine Tasse Tee. Okay, this Joshua's Goan drink above tea is the origin or roots of tea ceremony. Dieses Goan von Joshua trinkt eine Tasse Tee, ist der Ausgangspunkt der Tee-Zeremonie, des Tee-Wegels. Er ist der Grund, dass alle Menschen, die die Tee-Zeremonie der Tee-Zeremonie, des Tee-Zeremonie, des Tee-Zeremonie, des Tee-Zeremonie, des Tee-Zeremonie. So, among those who want to practice tea ceremony of Zen culture, should become a student of Zen and members of Zen Sangha, to open his mind. Deshalb sollte jemand, der den Tee-Wegel ernsthaft praktiziert, ein Student der Zen-Kultur werden und gleichzeitig ein Mitglied einer Zen-Sangha werden und Zen üben, damit er sein Geistesauge auch tun kann. Zen-Kultur wird er nicht begonnen. Zer-Zeremonie, den Zer-Zeremonie, des Tee-Wegels und Verkaufs, im Zer-Zeremonie, des Tee-Wegels und Verkaufs in Zer-Zeremonie. ist ein Mann von Tsunavari. Sie haben keine Qualifikation für eine wirkliche Rallye-Tee-Ceremony oder andere als uns. Ein Mensch, der nicht wirklich Tsunavari praktiziert und nicht wirklich sein Geistes-Auge auftut, bleibt ein fruchtmütiger Mensch, ein Mensch von Tsunavari, der nicht die Voraussetzungen erfüllt, um wirklich den Weg des Tees lernen zu können oder der wirklich andere Zen-Künfte verwirklichen kann. So, I finish my poor Tsunavari. Jetzt möchte ich noch auf einen wichtigen Punkt hinweisen, bevor ich meine Entscheidung des Tees zu beenden. So, I finish my poor Tsunavari. 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 So, I finish my poor Tsunavari to Before, you are on. Dieses Koran steht für die Weitergabe des, von ihrem Beginn mit Mahakassapa, Ananda und so weiter. しかも今ここにこのスタイヤベルグかサンガーにおいて ノーチング先生とクリストフ・ハトラバ先生お二人によって シャクソンから84代目の伝報者として今ここにおられる はい はい Raphael Leutin und Christoph Hattata. Das ist der Umgebung der Karte. Die Karte in der Karte, die in der Kirchengemeinschaft in der erste Derenst-Garten-Karte, ist die erste Derenst-Karte in der Kirchengemeinschaft der Kirchengemeinschaft. Diese Chokasendo in der Lebensgartengemeinschaft ist die erste, ist der erste buddhistische Tempel im deutschen Stil in Deutschland. Diese Lebensgarten Chokasendo ist ein exzellenter Tempel, die weltweit Anerkennung gefunden hat wegen ihres eigenen modernen Lebensstils durch die Expo 2000 in Hannover. Mäkota ni vokuro deありまして, 深くお二人に敬意を表します。 ... 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 Traditionell. Wow, right. This is a Moderna temple that you have been trying to name here in the last year. We can say this temple is the most fitting with this age of information and technology. This is really postmodern temple. Okay, we can say that this temple is a very good time for information and technology development. And you can see that this temple is really a postmodern temple with food and sex. Congratulations, this is all. Thank you. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcast. In Kooperation mit dem Podcast, ist eine Produktion von Chukasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcast. Vielen Dank.